Kleine Kupferdrähte hat er einfach genommen um das zu reparieren, das Mainboard da, die Gleiterbahn. Schon aufwendig. Ich würd hier außen gehen. Ja, ich geh gleich rein. Ja. Also in die Mauer durchbruch. Ich hör nix. Ja, auch noch nicht. Bewegt mich Richtung Mitte. Okay. Ich komm gleich drinnen in Land gelaufen und in Richtung blaues Auto. Ich geh aber auch erstmal nur ab, also Schüsse hör ich schon, aber die sind nicht für uns. Okay, wo bist du jetzt genau? Ich bin genau Mitte, da wo du rüber springen kannst. Blaue Wand. Ja, verstehe. Ich bin bei blauen Autos. Du stehst da, ich sehe dich. Ja, ich glaube bei Red war Bewegung. Du bist doch blaues Auto drinnen, ne? Ich bin, ja, in der Garage. Du musst mich nicht abaimen. Oh, GP-Coin. Ich bin, ja, ich bin, ja, ich bin, ja. Ich gehe in Richtung Red. Ja, ich komme von außen, mache die Tür gleich auf. Ich gehe in Richtung Red. ich bin red ich höre nix ich bin auf blaue baracke ja aber auch noch nix von außen bewegt mich langsam an der mauer weiter okay ich bin noch eine halterin ja das ist ein fettes kaliber es hört sich so an als wenn der links beim ding sitzt beim übergang zu beim blauen container übers wasser ja ich würde sagen sie gehen dann rechts weg rechts links links über die brücke raus ich bin jetzt genau beim mauer durchbruch wo du recht zur brücke gehen kannst ok ich hab nur ein skep gekillt vier amort was hast du mit ich habe ihre arme auch mit dem mädchen die mack habe ich mit ok na gut schweiß weg ich geh in so einen wanggong mal rein gleich in den ersten von rechts aus gesehen ok ich hab dich gehört ich bin bei dir ich höre dich laufen laufen von hinten ja von hinten auf dich oder wo nee keine ahnung konnte ich nicht orten ich bin raus bin jetzt im busch drinnen ok ich geh wieder zurück kommt hier hinten lang gelaufen bei dir richtung rechts mit träger mit ist er außen ja außen an der wand ja außen an der wand aber linke seite ne richtung hier red ich bin linke seite immer noch richtung mauer komme ich jetzt auch zurück ja sehe die weißen werden von mir ok ich bin rechts am gebüsch du musst mich sehen ach da ist er ok ich sehe ihn aber auch auf der straße liegen ja na doch siehst du doch noch einer gewesen ja krass wie er gegangen ist ich bin ja auch hinten zum kreuz gegangen wollte da ja hinten raus ich bin jetzt am umgekippten weißen auto ok da liegt er ok gut ich gehe mal in die nähe geh mal ran er sah auch alleine aus ich darf doch nix ich darf doch nix Okay, ich bin durch. Ich gehe mal kurz ran. Einmal anfassen. Der wäre so schwer. Ich bin links bei dem Güterlager. Ja. Beim Zug im Gebüsch. Ich lade noch kurz ein bisschen nach. Ja, ich bin auf der Brücke drauf. Okay. Bist du schon weiter gegangen oder bist du da rein? Ja, ich bin zwischen die LKWs jetzt. Das war Skeff, oder? Ja. Alter, aber warum ist der so weit drauf gekommen auf die Brücke? Das ist ja schon krass. Das ist ja richtig erschrocken gewesen. Gut. Ich komm. Oh, der war ja richtig dicht dran. Ich bin im Bus drin. Ich bin im Bus drin. Okay. Okay, ich muss mir nochmal einen Schuss geben. Ja. Aber erstmal muss ich was essen. Ich bin im Bus drin. Ich bin im Bus drin. Es ist los. Ich bin im Bus drin. Ich bin im Bus drin. rechts von der Mauer hochgegangen, ne? Okay, ich bleib links. Hast du ihn? Alter! Leckomio, warum sagt der? Es gibt ja eine Granate. Der ist hinter der Mauer. Ich bin das. Achso, du bist das. Alter, fickt euch. Bist du nach links hochgelaufen? Ja, ich bin das gewesen wieder. Okay. So viele Skepsis hier gehört. Ich bin drüber. Ich bin drüber. Ich bin drüber. Ich komme jetzt auch Richtung die Mauer durchbruch. Zwischen uns beiden. Okay, okay. Bist du am Looten? Ja. Von da. Und jetzt... ... ... Vielen Dank. Das ist fertig, ne? Ja. Gut. Wo wollen wir lang? Rechts oder links? Richtung Old Guest Station oder geradeaus durch? Richtung Skeleton. Gute Frage. Okay, dann gehen wir Richtung Skeleton. Okay. Ich bin am Backsteinhaus, da beim Durchbruch. Okay, ich bin mal... Wo bist du jetzt? Ich bin... Ich gehe Richtung Skeleton weiter. Bist du schon hier durch die... Beim LKW und so vorbei? Nee, ich bin jetzt... Ich sehe jetzt den LKW mit der Uhr... Wo die Uhr sonst immer drinne liegt. Ja, bin ich auch. Dann bin ich rechts von dir. Hä? Nee, du musst du ja genau auf meiner Seite her sein. Ich hab dich gehört. Viel Spaß noch. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Tschüssi. Tschüssi, tschüssi. Ich sitze dir den blauen Container. Ah, ich höre dich. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, Juli. Ich hab links, glaub ich, auch was gehört gehabt. Das dachte ich erst... Alter, lecko mio. Geil. Ja, alles meine Punkte. Ja, ja. Vitalität, ne? Ja. Und Healing und so geht alles rein. So viele blaue Container hier. Ja, den hattest du dir genau vor dir. Nein, äh, ja. Ja, geh du links, ich geh rechts, sozusagen von dem Zaun. Alles cool. Ja. Okay. Der war ein bisschen böse. Da, äh, Skeleton, äh, Baustelle links. Bist du eine? Unten? Ja, ich glaub ja. Ich hab einen gesehen, du Schätze. Kannst hinten durch auch einer. Muss ein bisschen rechts ausweichen. Geht nach oben durch. Geht nach oben. Ist obendrauf, ist obendrauf. Granate geht hin. Ist runter, ist runtergefallen. Kann ich nicht mehr wahrnehmen? Du bist rechts, ey? Ja. Ja. Da wirst du, eigentlich musst du, eigentlich musst du... Ja, der hustet schon. Ja, er hustet. Lädt nach. Hast du ihn erledigt? Müsste ein Skeff sein. Hey, jetzt sind wir noch hinter, hinter der Baustelle. Hab ihn. Zum Glück. Alter Schwede. Der hat mich richtig nochmal gehittet, ne? Krass. Boah, ich hab hier ein Spieler erwischt. Ich konnte dich auch nicht richtig erwischen, weil der hinter den Dings war. Ja, das ist cool von dir. Ich komm jetzt... Ich lauf jetzt auch rechts außen lang. Zu dir. Ich bin jetzt auf der rechten Seite von der Baustelle. Ja, ich lieg da noch. Ich hab hier ein Spieler erwischt, glaub ich. Bist du tot? Nein, ich liege. Ich liege. Achso, okay. Oh. Da ist... Oh, Alter, was denn hier los? Mark, gelass ich dir natürlich alles? Ich geh mal nochmal kurz ran. Nö, das ist ein Skeff gewesen, glaub ich. Ich guck mal ganz kurz. Ja, sieht aus, die Skeff. Ja, das, was du mitnehmen willst, nimm erstmal mit. Nö, kannst du sagen. Okay. Ja, Uschanka, ja. Das ist ein Skeff-Spieler gewesen. Äh, ein Skeff. Okay. Die Potze. Da hat einer gelacht. Mhm. Lagen mir so viele umher. Alter, schuldig. Da hinten ist noch einer. Was war denn hier los? Bewegst du dich? Jetzt grad nicht. Aber hier hatte ich mich. Aber Richtung Busbahnhof musst du mal gucken. Ja. Ich hinde den Busch drin. Ach, das bist du. Okay. Ja, ja. Ich fülle nur noch raus. Ich fülle nur noch raus. Alter, hier ist, fährt der Rucksack nochmal. Ja, hier, den hab ich auch grad einen. Wer hat hier so viele Waffen? Alter. Wer hat hier so viele Waffen? ok ich bin jetzt auch voll gestopft wir können los ja ich noch nicht ganz richtig richtung gestrichen ja spiele 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 oder skeff oh ich bin beschossen bist du das gewesen von skeleton also da wo wir waren ich jetzt eine hilfe jetzt wahrscheinlich beladen ok ich muss die waffe wegschmeißen das bringt nichts wo bist du jetzt ich bin jetzt immer noch was wo bist du ich bin offen ich habe keine ausdauer warst du das das finde ich jetzt gerade ich bin gerade im glas ich regeneriere gerade ich komme jetzt richtung und gestehen alter ich bin jetzt höhe waggon richtung ich glaube der ist hier unter unter der brücke nein unter den waggons wo der stash ist bist du auf der linken seite denn da wo die waggons sind ich bin auf den beiden waggons in der mitte von in diesem beton ich komme jetzt hoch ich bin oben wer war das das war ich nicht das weiß ich nicht ich auch nicht ich bin jetzt wieder runter ich sehe die new scare station zu meiner linken ich bin jetzt links da ja ich bin rechte seite aber von den sniper scare position kam ja noch ein schuss ich bin jetzt mein höhe rohr ich bin jetzt mein höhe rohr ich bin jetzt mein höhe rohr ja muss ich ja alles gut alles gut ich dachte du bist nach links aus ach du bist da lang gelaufen ich bin auf der anderen seite jetzt von dir ja aber komplett andere seite alles gut alles gut alles gut ich bin steiner ich bin jetzt sie ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt alt ich würde auch überall die leute laufen an der mauer ja ja ich bin auch an der mauer richtung ausgang alles klar da kommen kann auf der seite da wo die wo die kräne sind in der mitte da ist gut betrieb ja da bin ich gerade wo bist du jetzt checkpoint ich bin immer noch da höchste ich habe ja keine energie mehr großartig okay ja 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 ich die mauer durchbricht rechts bei den beiden schornstein sehe ich schon okay ich bin jetzt beim ausgang ne echt jetzt ja ich gehe raus ich glaube ich habe so viel loot und ich muss es überleben xp so ich gebe dir deckung haben gehört gerade